Okay, dann probiere ich mal. Wenn ihr aufsteht, lesen wir nur drei Verse. Aus Lukas 15, Vers 4 angefangen. Amen. Das ist schon eine Predigt, die ich schon lange geschrieben habe. Schon lange her. Amen. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Was eigentlich nicht schlecht ist für einen Prediger. Wenn er seine eigene Predigt, drüber nachdenkt. Amen. 15, Lukas, Vers 4. Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat? Und so er der eines verliert, der nicht lasse die 99 in der Wüste und hingehe nach dem Verlorenen, bis er es findet. Und stellt er vor. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Achseln mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen. Und freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich möchte kurz predigen von dem Thema Der Wert einer Seele für den guten Hirten. Amen. Wir sind für ihn was wert. Du bist etwas wert für den Herrn. Nicht einfach so, aber viel wert. So, preis Gott. Lasst uns nochmal danken und dann könnt ihr euch setzen. Preis Gott, Herr Jesus, wir danken dir für deinen Geist, deine Liebe, deine Gnade. Lass deine Salbung auf uns allen ruhen, Herr, dass wir dein Wort hören. Und lass uns, Herr, dein Herz fühlen heute, Herr. Preis Gott, dass wir sehen, Herr, wer du wirklich bist. Dass du der gute Hirte bist. Unser Hirte. Unser Helfer. Unser Fürsorger. Amen. Ihr könnt euch setzen. Amen. Wir sehen am Leben Jesus, dass seine Liebe nicht nur Gefühle sind. Sie werden nicht nur durch Gefühle beeinflusst. Seine Liebe ist aktiv. Amen. Tätig. Amen. Und energisch. Und eifrig. Das ist nicht so eine halbe Liebe, weißt du. Sondern leidenschaftliche Liebe. Amen. Wenn du die mal gespürt hast, dann wird sie dein Leben verändern. Ich meine die leidenschaftliche Liebe des Herrn. Aber da gibt es nicht noch mal etwas, was so ist. Es ist eine zuvorkommende Liebe, die ihn dazu treibt, das Schaf zu suchen. Das, was verloren ist. Amen. Er ist der, der seine Schafe auch versteht. Einem wandernden Schaf. Das keine Ahnung hat, wo es sich befindet. In welcher Gefahr es ist. Weil es von der Herde weggelaufen ist. Aber der Hirte, er weiß. Er weiß, wo das Schaf ist. Noch nicht unbedingt den Platz. Denn er sucht es ja, ihr Schaf. Aber er weiß, dass das Schaf ihn braucht. Und er weiß, dass wir ihn brauchen. Und er weiß, dass wir ihn brauchen. Ich kann dir sagen, ich brauche den Herrn. Ich kann auf Haus, Hof und Auto alles verzichten. Die ganzen materiellen Dinge. Aber ich kann nicht verzichten auf Jesus. Aber ich kann nicht verzichten auf Jesus. Preis dem Herrn. Und so dem wandernden Schaf, das keine Ahnung hat, das sieht der Herr. Und er macht sich auf den Weg. Und das Schaf macht sich keine Gedanken. Die haben ja auch ein anderes Hirn wie wir. Es hat gar keine Ahnung, wie es da hingekommen ist, wo es ist. Und hat auch gar keine Ahnung, wie es wieder zurückkommt zur Herde. Einfach weggelaufen. Immer nach unten geschaut. Guckst du auch oft nach unten? Der Herr hat gesagt, schau hoch. Und wenn wir unseren Kopf hängen lassen, dann wandern wir. Wir wandern und wandern. Ja, und wundern uns. Wieso bin ich da angekommen? Da wollte ich gar nicht hin. Ja, aber der Herr macht sich Gedanken um uns. Und die Sache ist, ein Hirte, wenn er ein Schaf verloren hat, er macht sich konstant Gedanken über das verlorene Schaf. dass es nicht mehr bei der Herde ist. Sodass er die Herde verlässt. Er lasst sie in Sicherheit. Amen. Damit er das eine verlorene Schaf wiederfinden kann. Zurückbringen kann. Zur Herde. Ja, er ist entschlossen, es zu suchen. Er macht keine Ausreden. Und je früher er sich auf den Weg macht, und je größer die Chance, sein Schaf zu finden, und so ist er entschlossen, den Weg zu gehen. Amen. Und je schneller er geht und er sich beeilt, je größer ist die Chance, das Schaf zu finden. Und wenn er zu lange wartet, kann es sein, dass es dann auch zu spät ist. Amen. Wenn ein Mensch ein Seelengewinner sein will, dann geht es nur auf diese Art und Weise, wie Jesus es uns zeigt. Er ist der größte Seelengewinner. Ja, er ist der Schöpfer unserer Seele. Amen. Preisgott, das ist wunderbar. Und er zeigt uns, wie man mit Menschen umgeht. Aber er ist das lebendige Beispiel. Preisgott, ich bin es nicht, aber er ist es. Paulus hat gesagt, folg mir, wie ich Christus folge. Wenn ich morgen tot bin, dann folge weiter Christus. Wenn ich untergehe mit dem Schiff, dann muss ich nicht hinterher springen. Preisgott, und wir wissen ja, dass er das alles überlebt hat. Amen. Es klappt nur auf diese Art und Weise, wie Jesus es uns zeigt. Weißt du, 99 Euro sind schon viel Geld. Ich meine nicht, wenn du was kaufst, aber so, wenn du nur 99 Euro. 99 Schafe, das sind schon viele. Das ist eine große Menge. Große Gruppe. Ein Wolf würde sagen, der Schaf ist doch selber schuld. Ein Wolf würde sagen, das Schaf ist doch selber schuld. Hätte doch bei der Herde bleiben können. Ja. und so sieht er das Schaf und er passt auf. Und wenn er näher kommt, ein Wolf, du weißt ja, was passiert. Ein Wolf ist kein Einzelgänger. Er ruft immer seine Familie. und das Schaf hat keine Chance. Wenn wir abwandern und weggehen, Amen. Einfach blind durch die Gegend laufen. Das sind Wölfe. Da muss der Herr uns bewahren und beschützen. Amen. So, Wölfe sind ja keine Einzeltiere. Wenn die ein Opfer gefunden haben. Das, so ein Schaf ist zu viel für mich. Du isst ja auch nicht mehr, wie du essen kannst. Und rufst, und dann kommt die ganze Familie und die essen von deinem Teller. Und so, der Herde macht sich auf den Weg. Er ist unterwegs. Er forscht, bis er es findet. Und sein Motiv preist Gott, ist Liebe. Jemand hat mal gesagt, der Herr hat uns mit Liebe gezogen. Das heißt, mit Gnade. Er hat nicht auf unsere Sünden geschaut. Aber er hat auf unser Herz geschaut. Und hat gewusst, das kann ich neu machen. Ich kann dem ein wunderbares Leben machen. Schenken. Preis Gott. Ein Leben, für das wir nicht bezahlt haben. Amen. Und so, mit all seinen Fähigkeiten, die der Herr hat, macht er sich auf die Suche, das Schaf zu finden. Denn er macht sich Sorgen um dieses Schaf. Ich will dir sagen, wenn du Sorgen hast, das ist Jesus nicht egal. It does matter to Jesus. It does matter, ja. Weißt du, deinen Nachbarn ist es vielleicht egal. Your neighbors, they might not care. Du betest und denkst, ach, es ist ja Gott egal. You pray and you think, oh, God doesn't care. Nee, nee, Gott ist es nicht egal. No, God does care. Er gibt uns Friede durch sein Geist. Er gibt uns Friede durch sein Geist. Und alles, was wir brauchen, empfangen wir durch den Geist Gottes. Amen. Und der Hirte ist zuständig für die Sicherheit seiner Schafel. Und deshalb sorgt er sich um das Verlorengegangene. Und er gibt nicht einfach auf. Er gibt nicht auf. Er sitzt nicht da und denkt, okay, ich mache eine Stunde weiter. Nein, er geht und geht, bis er es gefunden hat. Und so, sein Gesicht ist ernst. Während er geht, da ist keine Freude unbedingt. Denn er macht sich Sorgen um sein Schaf. Doch, ich will dir sagen, es ist Gott nicht egal, wie wir uns entscheiden. Aufstehen und aufhören. Aha, das ist nicht im Sinn des Herrn. Von aufgeben kann gar keine Rede sein. Er gibt nicht auf. Bequemlichkeit. Da ist gar kein Gedanke davon. Amen. Er will weitergehen. Und er geht weiter. Und die Zeit vergeht und es wird langsam dunkel. Und trotzdem gibt er nicht auf. Trotzdem ruht er sich nicht aus. Er geht und sucht weiter. Und er ignoriert, ein Hirte ignoriert die Gefahr, die in der Finsternis liegt. Auch in einer Wüste gibt es Gefahren. In einem Dessert gibt es Schlangen und Skorpione. Es gibt Schlangen und Skorpionen. Egelhafte Viecher. Ja, preis Gott. Und dadurch muss ein Hirte gehen. Amen. Und die vielen Verirrungen vom Schaf machen es ihm nicht leichter, das Schaf zu finden. Es macht es nicht leichter, das Schaf zu finden, den Spuren zu folgen. Und er lauscht und bleibt stehen und hört die Geräusche in der Wüste. Er hört den Ruf von einem Wolf. Aber er lasst sich nicht davon abhalten. Das Schaf ist zu wertvoll für ihn. Wenn es nicht so wäre, wärst du heute nicht hier. Das Schaf ist zu wertvoll für ihn. Amen. Preist dem Herrn. Er wird müder. Ja, aber er darf sich nicht ausruhen. Das sind Momente, wo er das nicht darf. Es lauern zu viele Gefahren. Er kann schon fertig werden mit Wölfen. Aber ein Schaf kann das nicht. Es sind zu viele Gefahren. Und er hofft auch, dass er das Schaf noch lebendig findet. Denn es reicht einem Wolf eine Minute, um ein Schaf zu zerreichen. Hast du schon so zerrissene Schafe gesehen? Wenn die Wölfe Blut lecken, dann sind die in einem Rausch drin. furchtbar. Und so die Liebe zu seinem Schaf jagt die Müdigkeit weg von ihm. Er vergisst, dass er sich ausruhen muss. Es gibt ihm immer wieder neue Kraft. Und er darf nicht aufgeben. Sonst ist er den ganzen Weg umsonst gegangen. Er darf gar nicht drüber nachdenken. Er darf nicht umkehren. Er darf nicht aufgeben. Er muss durchhalten, bis er sein Schaf gefunden hat. Und so ist es auch mit uns. Wir lassen uns oft entmutigen. Doch, wir lassen uns oft entmutigen, wenn wir mit Menschen reden. Aber der große Herde schickt uns. Er schickt uns auf den Weg, dass wir die Schafe finden. Dass wir das Verlorene suchen. Dass wir das Verlorene ins Haus Gottes hineinbringen. Was hat er gesagt zu seinen Jüngern? Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das sind die Worte des Herrn. Das sind die Wörter des Herrn. Und irgendwann, wo alles ruhiger wird in der Nacht, da hört er ein leises Blöken. Ja? Und er guckt, welche Richtung, von welcher Richtung. Da drüben. Und so, er beeilt sich. und sieht einen Schatten da. Das ist es. Amen. Er holt das Schaf. Trägt es auf seine Schultern. Seine Suche war nicht umsonst. Er hat es gefunden. Amen. Die Mühe hat sich gelohnt. Und auf einmal merkt er wieder seine Füße. Der steinige Weg, den er gegangen ist. Das hat er alles nicht gefühlt. Aber jetzt fühlt er es. Amen. Preis Gott. Und so, er hat sein Schaf gefunden. Und du siehst hier, der gute Hirte. Ein Mietling hätte schon aufgegeben. As somebody who is paid for it, he would have given up way before that. Ja. Oh, es ist spät. Ich gehe jetzt. Oh, it's late. I'm gonna go home. Vielleicht ist es da drüben. Vielleicht ist es da drüben. Maybe it's over there. Ich bin doch kein Weltmeister im Laufen. I'm not a world champion in walking. Ja, ich gehe nach Hause und lege mich ins Bett. Back home and go to sleep. Ist doch schön. Und deck mich zu und vergesst das Schaf. Da hat er noch 99. So was. Amen. Und so alles ist vergessen. Die Gefährlichkeit, die Gefahr, die es gab. Amen. Aber hier geht der Hirte selber. Und wenn der Hirte selber unterwegs ist, auf dem Weg zu uns, Amen. Uns zu empfangen, uns zu suchen, uns zu segnen, dann wird alles anders. Wird alles anders. Und so er ergreift das Lamm, Amen. Und das Lamm spürt den festen Griff vom Hirten. Und trotzdem merkt das Lamm, wie herzlich der Griff ist. Amen. Er nimmt es auf seine Schultern und hört zu. Der Hirte war kein Deutscher. Ja. Das war ein richtiger Hirte. Ja. Da hat es kein Klagen von ihm gegeben. Du dummes Vieh. Du dummes Vieh. Ich bin jetzt drei Stunden rumgelaufen. Nur wegen dir. Und ich muss morgen früh genauso raus wie heute morgen. Lauf nur nie wieder weg. Kein Schelten. Kein Klagen. Kein Schläge. Kein Treiben. Weißt du? Okay, ich hebe dich nicht hoch. Lauf jetzt. Du bist den ganzen Weg allein abgehauen. Jetzt kannst du auch wieder heimlaufen. Amen. Sondern der Herr hebt es hoch. Er trägt es. Und er beruhigt das Schaf. Er will es dem Verehrten leicht machen. Wie oft haben wir Mist gebaut. Und wir haben gedacht, oh je. Und da kommt der Hirte und sagt, du kannst es besser. Ich weiß nicht, was er zum Schaf gesagt hat. Du kannst es besser. Nur aufwachsen. Amen. Und das lernst du. Denn der Herr gibt das Wachstum. Und so trägt er das, ich wollte schon sagen, Vieh, das Tier. Amen. Zur Herde zurück. Und der Weg ist nicht kürzer geworden. Und er ist müde. Wie jeder andere. Und sein Schritt wird immer schwerer. Es ist spät. Bald geht die Sonne auf. Aber er hat es dann geschafft. Preist dem Herrn. Und so. Das Schaf wird getragen. Ohne dass es irgendwie leiden muss. Wie oft trägt uns der Herr? Wie oft macht er es einfach für uns? Wie oft macht er es einfach für uns? Ach, ist das ein schöner Tag gewesen. Oh, was ein schöner Tag gewesen. Ich bin so gesegnet worden vom Herrn. Ich freue mich so in der Gnade und Liebe Gottes. Und ich bin so glücklich in der Gnade und Liebe Gottes. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke für deine Treue. Danke, dass du mir immer wieder hilfst. Danke, dass du meine Gebete beantwortest. Danke, dass du meine Begriffe beantwortest. Amen. Und so ist es. Und das ist so. Das Lamm, das Schaf hat keine Ahnung. Das Lamm, das Schaf hat keine Ahnung. Und der Herde bringt es zur Herde. Und der Shepard geht es zur Herde. Und ist froh. Und ist froh. Und sagt, lauf nicht noch mal weg. Es ist nicht mehr weg. Jetzt ist es noch gut gegangen. Es geht nicht immer gut, wenn man abhaut von der Gemeinde. Und so, obwohl alle Schafe beisammen sind. Obwohl der Herde müde ist, freut er sich, dass er sein Schaf gefunden hat. Er ist froh, dass er dieses Schaf gefunden hat. Ja. Ja. Guck mal. Guck. Ein Herde ohne Schafe ist nichts. Wenn er das eine nicht sucht, das verloren gegangen ist, dann sucht er auch nicht, dass andere das auch noch verloren geht. Und am Schluss hat er vielleicht gerade noch ein Schaf. Weil er zu faul ist, hinterherzulaufen. Aber das ist nicht das Herz von einem Hirten. Preis dem Herrn. Halleluja. Und so, das Schaf ist ihm so lieb. Amen. Dass die Mühe, die er sich gemacht hat, ihm gar nichts bedeutet. Wenn wir die Seele gefunden haben, die den Herrn sucht, dann haben wir viel erreicht. Dann haben wir Gold und Silber gefunden. Preis dem Herrn. Und so, er hat sich Mühe gemacht und hat nichts bereut. Er ist so gut und so froh und hat Freude daran, dass er sein Schaf gefunden hat. Und das ist das Herz eines Hirten. Das Herz eines Seelengewinners. Eines Menschenfischers. Ist nicht anders wie das Herz von einem Hirten. Das Schaf ist froh. Es freut sich wieder unter Verwandten zusammen. Das ist ja keine Ziege, das ist ein Schaf. Meine Frau und ich, wir sind mal durch Frankreich gefahren. Ich weiß nicht, wo das war. Und es war im Sommer. Und wir sind über den Berg gefahren. Keine Autobahn, keine Autobahn, das war so Landstraße. Und dann sind wir über den Berg und da war dann so eine Straße, die hat sich so runtergeschlängert. Und ganz weit rechts vorne. Da haben wir eine Herde gesehen. Und sie hat gefragt, was das ist. Und da habe ich gesagt, kann ich doch nicht sagen, müssen wir erstmal hinfahren. Weiß Gott. Und da sind wir hingekommen. War ja gar kein Verkehr. Zum Glück. Und zuerst haben wir gedacht, das sind Schafe und alles. Die waren aber alle klein und braun. Die haben alle Hörner gehabt. Und die haben auf den Hinterfüßen gestanden. Und sie haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Das hast du noch nie gesehen. Das waren vielleicht 50 Stück. Draußen in der Pampa. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt. Siehst du. So Viecher will ich nicht in meiner Gemeinde. Die stehen nur auf. Amen. Und suchen was, wo sie finden können und sich die Köpfe einhauen. Ja, und so war das. Und als wir uns satt gesehen haben, weil sich ja da nichts verändert. Haben wir gesagt, komm wir fahren weiter. Und die haben, ich glaube die machen das heute noch. Da musst du ja so einen Kopf haben. Überall eine Delle. Furchtbar. Amen. Preis dem Herrn. Und so erklärt uns Jesus, dass wenn er heimkommt mit dem Schaf. Amen. Da redet er aus seinem Herzen. Er geht zu den Nachbarn und sagt, ich habe mein Schaf, das verloren war. Er geht zu seinen Nachbarn und sagt, ich habe das Schaf, das ich für ihn fand. Ja, er erlebt das Ende seiner Mühe. Und er kann die ganze Herde vollständig nach Hause bringen. Der Himmel ist unsere Heimat. Wie oft muss Jesus uns tragen, weil wir uns irgendwie verirrt haben mit irgendwelchen Gedanken. Ich frage mich manchmal, wer klüger ist. Ein Schaf oder ein Mensch. Weißt du, in der Hölle gibt es keine Schafe. Da gibt es nur Ziegen und Böcke. Und so erfreut sich der Herr und teilt seine Freude mit den Nachbarn. Seinem ganzen Himmel, äh, ganzem Haus. Und so, die Bibel sagt uns, dass der Himmel, die Engel im Himmel sich freuen, wenn ein Sünder sich bekehrt. Und so, was können wir lernen aus diesem Gleichnis? Wir brauchen Geduld und wir müssen wissen, hast du gehört? Wir müssen wissen, dass wir genauso waren wie die, zu denen wir reden. Ja, Paulus, ein großer Seelengewinner. Er hat gesagt, ich bin nichts. Ich bin auch nicht besser wie die. Ja, preis Gott. Und so braucht es Geduld und Beharrlichkeit. Bis so eine Seele gereidet wird. Amen. Und dass wir auch die Geschwister ermutigen, bei der Herde zu bleiben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wer hat mal gehört von einem italienischen General? der hieß Garibaldi. Ja. Ich habe schon oft gehört von ihm. Nicht von ihm, der ist schon lange tot. Aber über ihn. Und da habe ich eine Story gefunden, die eigentlich hier passt. Du wirst bestimmt nicht vergessen, was ich jetzt sage. Als dieser General Garibaldi, italienischer General, mit seiner Truppe im Jahr 1861 in den Bergen von Sizilien, begegnete er einem Hirten, der dort wohnte. Der sitzt da am Wegesrand und weint. Draußen auf dem Feld. Amen. Er weint und er fragt ihn, warum weinst du? Und er sagt, ich habe mein Schaf verloren. Und der General dreht sich um und sagt zu seinem Stab, wir halten hier, wir schlagen unsere Zelte auf, wir organisieren kleine Gruppen und wir gehen überall hin, in alle Richtungen, damit wir das Schaf finden. Und es waren viele, die sich auf die Suche machten. Lampen sind verteilt worden. Und so, die meisten seiner Soldaten gingen voller Eifer auf die Suche und es wurde sehr spät und man hat das Schaf noch nicht gefunden. Kein Lamm, kein Schaf, nichts. So ist der Order zurück zur Truppe gegangen. Auf, zurück zum Lager. Es ist schon zu spät. Und die sind dann in ihre Zelte und früh am Morgen wollte der Adjutant den General wecken. Und das hat er ja jeden Morgen gemacht. Und der General, der hat nicht gehört. Der blieb in seinem Zelt. Der hat noch geschlafen. Alles war still im Zelt. Normalerweise, hat er gesagt, steht er morgens als Erster auf. Und so hat er gedacht, dann lasse ich ihn noch eine halbe Stunde und dann versuche ich noch mal. Und nach einer halben Stunde geht er zurück. Der General ist immer noch geschlafen. Und da hat er noch ein bisschen gezögert, weil es ist ja immer später geworden. Und dann hat er ihn leise gerufen und hat ihn geweckt. Da schlug der General die Augen auf, hat seine Decke vorsichtig auf die Seite gelegt und der Adjutant konnte kaum glauben, was er gesehen hat. Das Lamm hat in seinen Armen gelegen. Er hat so lange gesucht, bis er das Schaf gefunden hat. Ihm war es nicht egal. Und das rechnete ihm groß zu. Er war kein Hirte. Er war ein Mensch mit einem Herzen. Und das Lamm war an seiner Seite. Und er hat zum Adjutant gesagt, geh, bring das Lamm zum Hirten. Und das ist das Schönste, was wir machen können. Wenn wir Menschen finden, eine hungrige Seele, ich meine eine, die wirklich hungrig ist, und wir bringen sie zu Jesus. Das ist ein Segen. Der General hat die ganze Nacht durchgesucht. Er hat nicht aufgegeben, als alle andere geschlafen haben. er wollte nicht ruhen, bis er das Schaf gefunden hat. Er wollte nicht ruhen, bis er das Schaf gefunden hat. Amen. Und so ist auch der gute Hirte, der nach seinen Schafen sucht. Das ist wie ein guter Shepard ist es auch, wenn er seine Schafen bis er es gefunden hat. Und du siehst hier, wie David sagt, der Herr ist mein Hirte. Und er hat selber Schafe gehütet. Und er hat genau verstanden, worum es hier ging. Amen. Preis dem Herrn dafür. Amen. Vielleicht war das Schaf durcheinander. Amen. Was immer. Er hat das Schaf aufgehoben und hat es getragen. Ja. Vielleicht war es durcheinander, dass es weggelaufen ist. Dass es in die Irre gegangen ist und nicht genug Weisheit hatte, auf dem Platz zu bleiben. Amen. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für seine Schafe. Du denkst, du bist nichts wert. Das ist eine Lüge vom Teufel. Das ist eine Lüge vom Teufel. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. und das Blut, das er vergossen hat, hat er gegossen, damit wir frei werden können von der Macht dieser Welt. Amen. Du kannst frei werden von allem. Du brauchst keinen Psychologe. Du brauchst keine Therapie. Was du brauchst, ist wirklich Jesus. Was du brauchst, ist Jesus. Doch, glaub mir. Die sind selber krank. Jesus ist der gute Hirte. Und er ist unser Hirte. Und er ist unser Hirte. So vertrau ihm. Ruf seinen Namen an. Wenn du fühlst, dass du in der Wüste bist. Wenn du fühlst, dass du verloren bist. Wenn du fühlst, dass du weggewandert bist. Dass du weggewandert bist. Dann kannst du rufen. Du kannst rufen, Jesus, hier bin ich. Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Du brauchst nicht lang zu suchen. Hier bin ich. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Amen. Und erwarte, dass er antwortet. Erwarte, dass der Geist Gottes kommt. Dir neue Kraft gibt. Der neue Stärke gibt. Der neue Stärke gibt. Amen. Mut macht, weiterzugehen. Und dir zeigt, ich bin dein Hirte. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Amen. Lass uns mal aufstehen. Preis Gott. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du nicht wegwanderst. Ich hoffe, dass du bleibst bei der Herde. Du nicht wegläufst. Wie man sagt, das Gras auf der anderen Seite wird immer grüner. Wir reden vom Gras, das die Kühe fressen. Wir reden nicht vom anderen Gras. Da fliegen die Schafe nachher weg. Und die sind im Schafshimmel. Aber das ist, das ist, was der Herr uns zeigen will. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Er hat alle Macht. Er hat alle Macht. Und das Schöne, was wir gesungen haben heute, schon von Anfang der Zeit, bist du auf dem Thron. Und keiner kann ihn herausfordern. Wer ist wie der Herr? Keiner ist so wie er. Keiner redet so wie er. Keiner handelt so wie er. Und so brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Wenn wir ihm die Sache geben, in seine Hand legen, er wird es machen. Wir sehen ihn nicht. Jetzt noch nicht. Aber wir wissen, er sieht uns. Und er hört uns. Er sieht unser Herz. Er weiß, was wir uns wünschen. und der Ankläger sagt, nein, du kriegst es nicht. Du bist es nicht wert. Was denkst du, wer du bist? Das sind die Wölfe. Amen. Aber der Herr denkt anders von uns. Er denkt anders von uns. Er kennt uns besser. Er kennt uns besser. Und das ist das Schöne. Wir können nichts verheimlichen vor dem Herrn. Er versteht uns. Er begreift uns. Er begreift uns. Und ist bereit, uns immer wieder zu helfen. Immer wieder Stärke und Kraft zu geben. Amen. Und diese Stärke wird uns wieder in seine Gegenwart hineinbringen. und das ist das Tolle. Eines Tages ist das hier alles vorbei. Wir werden nicht auf den Platten stehen, aber wir werden in den Wolken stehen. Auf den Wolken. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist keine Fantasie. Das ist keine Illusion. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Das ist unsere lebende Hoffnung. Und da gibt es keine Macht in dieser Welt, die den Herrn verhindern könnte, dass er später kommt, wie geplant. Gott hat keinen Plan B. Da ist immer der Plan A. Halleluja. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Richtige. Er ist der Gott, den wir brauchen. Er ist der Gott, den wir brauchen. Der uns geschaffen hat. Der den Weg für uns bereitet hat. Und er vorbereitet den Weg für uns. Manchmal sind da viele Steine. Oh, manchmal scheint die Sonne runter. Und du denkst, ich krieg bald mal einen Hitschlag. Preisgott, trink. Du hast genug zum Trinken. Da gibt es lebendiges Wasser. Und du kannst so viel trinken, wie du willst. So viel, wie du willst. Du kannst so viel Brot essen, wie du willst. Du kannst nicht auf den Doktor hören. Ja. Preisgott. Gott gibt uns das richtige Brot. Wenn Elia 40 Tage laufen kann mit dem Brot und mit dem Trinken, was er da kriegt, was hat er? Wasser gehabt oder Wein? Was hat er gehabt? Wasser oder was war das? Amen. Auf jeden Fall war es was, mit dem konnte er laufen. Aber es war etwas, das er mit zu laufen konnte. So, wir haben keine Ausrede. Wir können laufen. Wir können laufen. Amen. Vielleicht noch weiter. Vielleicht noch weiter. Amen. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir sind bereit. We don't know when he comes, aber wir sind bereit. Amen. Lass uns mal danken, den Herrn. Lass uns danken für seine Liebe. Lass uns danken für die Rettung, die wir empfangen haben. Lass uns beten, gemeinsam. Amen.